Hallo, ich bin Naima Reitze, ich bin 15 Jahre alt. Ich spiele auf der Position des rechten Verteidigers. Meine bisherigen Vereine waren FV Leutershausen, SG Hohen Sachsen, dann TSG Weinheim. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln und Spaß zu haben. Und das Ziel mit der Mannschaft ist, in der oberen Tabellenhälfte zu stehen.